Eins nach dem anderen, nicht irgendwie irgendwas übereilen, einfach abwarten, bis das schwammige Dasein vorbei ist und dann läuft der Rest auch wieder. My Trip mit Sule immer entlang der südwestlichen Europaküste. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz viel Spaß bei meiner neuen Folge. Nach so einer emotional positiven Folge, ja, wird man dann doch wieder ein bisschen zurückgeworfen. Natürlich kann man noch nicht sagen, was so passiert und wie es weitergeht. Ich meine, jetzt habe ich noch die E-Mail geschickt gehabt und habe dann eine Antwort bekommen, relativ fix, dass es halt möglichst mit derselben Cast alle Reisen besetzt werden. Von daher weiß ich noch gar nicht, ob das zustande kommt und habe dann gleichzeitig auch relativ viele Sachen gegessen, die ich nicht vertragen habe und irgendeine komische Serie geguckt, die halt auch noch echt extrem seltsam war. Darauf hat sich meine ganze Grundstimmung irgendwie ins sehr Seltsame verlagert und ich wusste gar nicht, was da los ist, so richtig so schwammig. Aber, oh, dieses Handy. Aber andererseits ist es halt auch so, dass ich sage, cool, dass diese Angebote da sind, dass es diese Möglichkeit gibt. Und dadurch, dass es halt diese Möglichkeit gibt, sollte ich ja eigentlich auch schon glücklich und zufrieden sein. Ja, jetzt bin ich schon weitergefahren, nachdem ich einen Tag in Regenschauern verbracht habe und gesagt habe, nee, ich bewege mich nicht über die Grenze. Ich möchte das bei schönem Wetter machen. Und jetzt habe ich es aber geschafft und bin gespannt, wie es weitergeht. Mit ein bisschen Bauchweh habe ich auch mich nochmal drum gekümmert, wo man Sule unterstellen kann für die drei Wochen. Äh, ein bisschen Angst. Campingplätze haben keinen Platz. Man muss die komplette Campingplatzgebühr zahlen, was natürlich echt teuer ist. In der Stadt drinnen habe ich was gefunden. Die wollen 245 Euro haben. Und weiter draußen habe ich was gefunden. Die wollen 145 Euro haben, wenn man es bar bezahlt und keine Rechnung möchte. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich es mache. Ja, ich hatte noch überlegt, das vielleicht irgendwo bei einem Zirkus unterzustellen, je nachdem, wo die gerade so sind. Und ja, die eine, die jetzt gerade genau mitten in Barcelona ist, die hat noch nicht geantwortet. Die ist mit dem Zirkus da. Und die andere, die hat jetzt geantwortet. Die sind aber noch nicht ganz in Barcelona drinnen, sondern weiter außerhalb. Ich glaube, so 40 Kilometer. Da fahre ich jetzt auch gleich rüber. Und wir gehen uns dann heute Abend die Show von jemand anders angucken. Das finde ich ja immer so schön. So, man sieht sich einmal und dann sieht man sich eine lange Zeit nicht. Ja, okay, wir haben uns im Januar, Ende Januar haben wir uns das letzte Mal gesehen oder das erste Mal gesehen. Ja, aber es ist dann doch irgendwie so eine ganz Familie. Und dann gehen wir zusammen uns die Show angucken, halt heute Abend. Und am Sonntag fahren sie tatsächlich auch ein bisschen näher nach Barcelona rein. Das heißt, ich werde sie mal fragen, ob ich vielleicht bei ihr meinen Schatzi lassen kann. Und dann fahre ich entweder mit der Bahn oder mit dem Fahrrad rüber nach Barcelona. Je nachdem, wie lange die da bleiben. Das ist natürlich auch nochmal wichtig. Und ansonsten, ja, ich zitter ein bisschen. Und mir ist auch ein bisschen kalt eventuell. Es ist super windig hier. Also wir haben ja die nächsten Tage auch Sturmböen von 93 Stundenkilometer Ansage wieder. Also es wird wieder richtig stürmisch. Es ist richtig stürmisch und dadurch ist es halt auch kalt. Zum Glück scheint gerade die Sonne und Sule wird aufgewärmt. Weil gestern hat es nicht geschafft, dann, als es die ganze Zeit nur geregnet hat und nur grau war, halt mal irgendwie über 15 Grad zu werden hier drin. Und es war echt vertane Liebesmüh da, die Heizung anzumachen. Weil der Windfegteil mir hault irgendwie auch durch den Camper durch. So perfekt isoliert ist das Ding ja leider nicht. Und ja, jetzt habe ich vorhin richtig schön warm geduscht. Und habe das erste Mal tatsächlich auch die ganzen 13 Liter verduscht. Aber ich habe auch mal richtig ordentlich die Haare gewaschen. Nochmal zweimal durch und vorne hinten alles schön ordentlich gemacht. Das musste auch mal sein. Ja, und jetzt schwinge ich mich hinters Steuer. Und dann geht es erstmal wieder ein paar Kilometer weiter. Und dann geht es wieder in meine Zirkuswelt. Zumindest für ein oder zwei Tage. Und dann geht es nach Barcelona rein. Und ich hoffe, das wird gut. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. In dem Sinne, ganz liebe Grüße und genießt euren Tag. Liebe Grüße, eure Gina. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.